Der spielt den Bayern nicht hart und nicht blind, sondern sehr bewusst und sehr gezielt und ganz ruhig in die Mitte, genau auf die 5 Meter Linie, höchste Präzision nach dem Motto, den spiele ich da hin und entweder den erwischt mein Mann oder keiner und Henrikso erwischt ihn dann tatsächlich als einziger und das auch noch gut genug.